Oh man, was haben die eigentlich die Terrane heute nur lange, weil sie jetzt mal Spawn bieten. Ja, du hast ja ein Höhenlevel wie ich, du bist ja so irgendwas, 6,50 oder so? 59. Ja, ist doch. Sven holt mich aber bald ein. Nein, er zockt, weißt du. Er hat ja auch kein Leben, Sven. Sven ist auch ein richtiger Suchtig. Ja. Nix zu tun, keine Hobbys, kein Leben. Habe ich auch nur als Mitleid aufgenommen. Markus mag ich Sven nicht so. Ich habe froh. Ja, was soll ich denn sagen? Du nimmst ja gerade mit mir auf, da kann ich dich hier nicht fertig machen. Echt so? Kann ja gleich wieder gehen, ne? Nein, fast schon. Ist lustig mit euch. Immer deswegen ganz. Wenn er auf mich hört und das macht, was ich sage, dann bin ich auch glücklich. Wenn wir das machen würden, dann wäre der Kanal schon, naja. Ah, was, der influiert, äh, influiert und... Gloriert. Meinst du? Was? Gloriert. Gloriert, ja, ja. Gloriert und wächst und gedeiht. Ja? Mit unserer Hilfe! Ja. Für irgendwas muss hier was taugen. Echt so? Wenn du irgendwann einmal abonnieren kannst, dann sechst du ja, vergisst euch. Na klar. Auch wenn jemals eine mir abonnieren würde. Dann brauche ich euch nicht mehr, ihr Lappen. Dann mach ich auch mal auf, dann kriege ich zwei Millionen, dann... Wäre mir egal. Richtig fertig machen. Und das ist ein Läger, 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 das ist ein Läger. Ja, das sag ich zu meiner Community. Ja, zwei Millionen, ein Millionen, das bisschen... Ja, was denn, das sind alles nur Lappen, die können nix. Ja, außerdem sind deine Lappen, sind deine Leute sind auch Lappen, nix. Och man, jetzt muss die Drecksmex sich noch bewegen. Wo, es trennt sich sogar, Drecksmex? Drecksmex bewegt mich. Och, fuck. Sunny, da wieder... Das ist schon ein Lappen, ne? Was? Kannst auch mal kommen, wenn ich noch mal angriff. Mit, äh, ähm... Medic, bitte. Das wäre besser. Äh, wo bist du? Ich bin hier beim... Bei Yinmir bin ich. Yinmir. Yinmir Tagebau. Oh, so. Oder bist du? Ich war auf der anderen Seite, was wir gerade verlieren. Aber ich komme zu dir als Medic. Wir haben auch noch fünf Minuten. So, knappe fünf Minuten. Knappe fünf Minuten, ne? Ich muss es ja noch rendern und alles. Ja. Ich kann nicht heilen! Oh, bleib halt aufstehen. What the fuck? Was denn? Ich bin wieder abgeballert. Achso. Ich bin komme. Ich bin komme. Ja, gutes Deutsch. Nicht? Ich bin da. Pass auf, von hinten kommen welche vom Teleporter. Zumindest Algo schießt. Ja, ich bin da. Shotgun-Wixer. Shotgun-Wixer. Oh, Max-Wixer ist auch da. Gibt es eigentlich Granaten vorbei? Kleiner Zeit. Ne, ne. Ja, so. Benutzt aber fast keine, oder? Ich weiß es nicht, aber... ...hab ich dich geholt? Ne. Ich bin schon längst tot. Bin wir gespawnt. Achso. Ich habe nämlich irgendwie wieder geholt, deswegen. Egal. Oh, nein, nein, nein. Ach, Mann. Oh, Mann, was... Haben die eigentlich die Terraner heute nur lange, weil es jetzt mal Spawn bieten? Nur Level 100er Squads, äh, Platoons hier in der Ergebung. Markus, Platoons. Ja, ja, ich will nur ein bisschen eher sein. Oh, das gesetzt. Ja. Da hört noch Gott. Wir sind nämlich alle totzort. Oh, so, da hol uns. Oh, Horansohn. Oh, so. Die wieder noch will ich nicht in uns, guck mal. Ja, das ist mal welch bei uns. Was auch gar nicht tun. Bleib liegen, bleib liegen, Granat ist raus. Habe ich dich? Ja. Oh, Mann. Das ist auch so ein Hohansohn. Scheiß, dritte. Aber bist du tot? Ja. Bist du meinst oder was? Ich, ne. Achso, du bist aber verletzt. Ja, 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 die zweite Runde war schlecht. 4,13, das ist wirklich miserable. Ah, fuck. Also, die Schütze haben sich hier irgendwie nicht so bewährt, finde ich, ist es so aufzählig. Das ist ja auch. Das ist der Auto, oder was? Ja. Ja, also, die macht man locker, fertig. Da schießt man drei Schütze drauf und das ist dauernd. Genau, es hat sich, wenn sie in der Masse eingesetzt sind, finde ich sehr okay, aber allein, so ist es nicht. Denkst du in Deckung, machst du Visier und dann ballest du drauf und das du. Irgendwas. Ja, Leute, das ist durchbeschissen. Kannst du, glaube ich, auch hier an mir bleiben, da kommen sie jetzt gleich wieder angeschissen. Und zwei Seiten. Ja, sie ist, haben sie schon. 0,3er Karte, jawoll. Ich habe eine 0,6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Ja, sie ist, haben sie geplant. Ja. Ja. Die Qus nicht vom insterben. Denkst nicht, oder? Ja, nein, hat sie überlebt. Gut, ich will auch richtig dappich irgendwie, ich stehe immer direkt vor dem Nischsburg-Burm-Urm und Ich hoffe, dass ich überlebe. Scheiße, sehr optimistisch, gell? Ja, besser optimistisch als... Pessimistisch. Ja. Aber die machen ja gar keine Einstellung zuwaschen, das ist ja langweilig. Ah, fick dich, du Scheiß. Ich hoffe, dass du hier bist. Ich hoffe, dass du hier bist. Ich habe keine Infanterie, nur drei Leute oder so, und dann warst du das. Gut, dafür gibt es ja Biolabs, da bist du ja safe. Ja, dort kannst du die Verteiliger rein drängen. Die müssen einfach nur in die ganze Scheiß entballern. Oder einfach flach fliegen oder so. Da bist du schon. Das ist wohl wahr. Wenn die gute Pilote da sind, dann machst du es echt schwer. Ich habe schon mal vorderen Ding, das ist schon mal so ein Scheiß, muss ich halt die ganze Zeit reinballen. Ja, ich habe schon gemerkt. Fack 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 fack. natürlich beim Vorbeirennen tötet er mich ich habe kein Bock mehr also Marco ich würde sagen wir gehen auf also ich gebe auf ich hab keinen Bock mehr also sehen wir uns beim nächsten mal das nächste Mal wieder mit Sven auch noch dabei vielleicht oder vielleicht auch nicht mehr weiß ich nicht wir sind raus bis zum nächsten Mal tschüss Servus